Nein, also nicht wirklich. Guten Abend. Das Wetter beruhigt sich zwar, vor allem wird es aber ein bisschen milder. Die Tiefstwerte dieser Nacht unterscheiden sich kaum von den heutigen Tageshöchstwerten. Es kühlt sich also nur ein klein wenig ab. Dazu werden zwar viele dichte Wolken unterwegs sein, aber Niederschläge haben diese selten im Gepäck. Nur Richtung Halle und Dübner Heide ist gelegentlich Regen möglich. Auf dem Brocken ein paar letzte Flocken, meist bleibt es aber trocken. Morgen sieht es dann ähnlich aus. Auf Sonne müssen wir leider komplett verzichten. Es bleibt also den gesamten Tag über grau, weiterhin meist aber trocken. Wenn, dann ist nur in der Mitte unseres Landes etwas Sprühregen möglich. Der ist aber eigentlich kaum der Rede wert. Dazu geht es mit den Temperaturen ein ganzes Stück weit nach oben, auf milde 7 bzw. 8 Grad. Am Montag können wir dann ebenso auf nur wenige Wolken Lücken hoffen. Regen ist aber auch nicht in Sicht, bei weiterhin milden 8 Grad höchstens. Und auch der Dienstag hat nicht unbedingt sehr viel mehr Sonne zu bieten. Wenn, dann schafft sie es nur mal kurz durch die dichten Wolken zu uns hindurch. Dabei ist aber schon ein kleiner Abwärtstrend der Temperaturen zu erkennen, welcher sich dann in den darauffolgenden Tagen fortsetzen wird. Doch nur bis zum Donnerstag. Danach geht es mit den Temperaturen wieder aufwärts, sodass uns voraussichtlich dann ein sehr mildes letztes Januar-Wochenende erwarten wird. Zwischen Hoch-Erich und Tief-Ider bekommen wir nun recht milde, aber zunächst noch feuchte Luft ab. Guten Abend. Das bedeutet für uns zwar nicht, dass wir sehr viele Niederschläge zu erwarten haben, aber eben dichte Wolken. Auch wenn sich Erich ab morgen weiter zu uns ausbreiten wird. Allerdings kühlt es sich in dieser Nacht kaum ab. Und so unterscheiden sich die Tiefstwerte nur wenig von den heutigen Tageshöchstwerten, mit Ausnahme der Oberlausitz. Dazu regnet oder sprühregnet es in der Oberlausitz. Und im Bergland ist auch gefrierender Sprühregen mit Glätte möglich. Und in höheren Lagen sind auch noch einige Flocken unterwegs. Morgen bleibt es dann aber meist trocken. Durch die vielen dichten Wolken allerdings den gesamten Tag über auch grau. Mit den Temperaturen geht es dabei meist rauf auf 4 bis 6 Grad. Selbst im mittleren Bergland werden es plus 2. Auch am Montag können wir leider nur auf wenig Wolkenlücken hoffen. Regen ist aber ebenso nicht in Sicht, bei weiterhin 6 Grad höchstens. Und auch der Dienstag hat dann nur ein klein wenig mehr Sonne zu bieten. Denn wenn, dann schafft sie es immer nur mal kurz durch die dichten Wolken zu uns hindurch. Dabei ist aber schon ein ganz zögerlicher Abwärtstrend der Temperaturen zu erkennen, welcher sich in den darauffolgenden Tagen dann leicht fortsetzen wird. Doch schon zum kommenden Wochenende hin wird es wieder etwas milder. Also wirklich winterlich wird uns dieser Januar voraussichtlich nicht verabschieden. Tschüss und einen gemütlichen Abend Ihnen. Bis morgen.